folgt mir vorwärts zur ehre aonius feindlicher angriff nur zu kostet meine klinge vorsicht gegner zu euren diensten schnell mir nach dann titan werde ich hier nicht brauchen also kann ich den grad weglassen wobei ich sollte einholen eine einheit wurde aufgewertet ich habe einen feuerkristall gefunden das trifft sich gut dann können wir nämlich gleich den vorm tor schmelzen und los sie sind überall feindlicher angriff das ist ein hinterhalt vorsicht gegen das vorsicht ging dann schmelzen wir den mal ja der drachenstein stimmt eine durchdringende kälte aus deutlich spürt man ariens macht hinter dieser hinter der durchsichtigen wand der feuerkristall beginnt stärker zu glühen als der kristall den drachenstein berührt er ist die flamme während die kälte den stein zurück ich habe einen feuerkristall das ist praktisch schnell vorwärts sofort dann können wir uns nämlich gleich um den letzten kümmern kämpft männer drohnenkrieger zu mir die linien müssen halten vorsicht gegen so das kennen wir ja so das kennen wir ja was auch immer dem hier sein problem ist dass er gerade so herum wuselt gibt es aber eine meiner leichte sie sind überall du reparier mal dein halte durch männer hier ist übrigens jetzt und ariens im gegensatz zum fiat dark hat ariens nur level 28 vorwärts so mehr verteidiger wir werden vielleicht auch noch ein paar eliten danach dazwischen schieben genügend silber haben wir ja eigentlich und wir kriegen ja auch immer mehr ich höre wird gemacht ich habe einen feuerkristall gefunden spuckt in die hände männer aus dem weg so oh ist praktisch er belegt auch gleich seine farm wieder nachdem er sie repariert hat also zwerge oder arbeiter wollen allgemein nicht in brennenden gebäuden arbeiten so feuerkristalle halten wer ruft aus dem weg geht es los nur zu auf mein kommando vorwärts schnell kämpft männer schlag sie zurück vorsicht gegner zu allem entschlossen ja sofort so so nur zu nur zu jetzt lustig wie klein arien auf dem bild hier unten aussieht ja jetzt heißt es ein bisschen warten und namen produzieren ich weiß nicht ob für sechzig oder siebzig ähm Leute brauchen werden ja und dann ist ja noch die sache hier mit den runen ich habe einen feuerkristall gefunden und ja mit dem gold was wir mittlerweile haben und was wir noch kriegen werden ich werde zwei runen noch austauschen gegen 15 nämlich die menschen rune und die ähm Orkuhne sicher ist sicher auch nebenbei für eine einheit wurde aufgewertet das upgrade noch für die eliten machen eine einheit wurde aufgewertet kann auch dieses upgrade machen eine einheit wurde aufgewertet und da die truppen ja jetzt dem titan folgen und nicht mehr mir kann ich mal bis zum tor gehen und gucken ob wir was von da hinten aus sehen so das ist so 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 Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Schön für dich. So, jetzt sind meine Elite dran. Oh, bei Arjen steht eine Truhe rum. Oh, nein, nein, nein. Shh, shh. So, holen wir uns mal unsere Reliten. Oh, noch ein Drache. Oh, noch ein Drache. Es ist auch mal schön, was anderes zu haben als ein Verteidiger. Auch wenn Verteidiger übelstark sind. Dadurch, dass sie schwer gepanzert sind und Munze bei Hammer in der Gegend rumwerfen. Sie deliten ja doch noch ein bisschen was anderes Besonderes. So, wenn die Eliten dann da sind, wenn wir mal den Stein... ...kampfbereit! Beiräumen. Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Dann mal ein Save machen und gucken... Ich weiß nicht mehr genau, was passiert... ...was alles passiert, wenn wir den letzten Feuerkristall... ...ähm... ...also den letzten... ...Eiskristall... ...vernichten. ...den letzten Drachenstein, meine ich. Mehr davon, los! Kampfbereit! Bereit! Und los! Kostet meine Klinge! Die Ahnen rufen uns! Wohlenkläger zu mir! Lasst sie nur kommen! Oh, wie ist es so? Ja, vorwärts! Auf mein Zeichen! Langsam! Speichern wir einfach mal. Gucken, was passiert! Montgomery! Ja, ja, ja!